Heute Abend kommt Charlene, ich hoffe es wird intim Muss schnell was kreieren, um mir zu imponieren Ich koch Zitronen für die richtigen Aromen Und zum Nachtisch gibt's hier Milchkronen Ich koch nur für sie, es wird so schön wie nie Das ist schon fast die Garantie Dass sie heute Abend auf mir liegt, dass sie auf mir liegt, yeah Du musst was geiles kochen, nichts was aussieht wie erbrochen Das schmeckt nicht, das schmeckt nicht Du musst was geiles kochen, nichts was aussieht wie erbrochen Das schmeckt nicht, das schmeckt nicht Übertreib mal nicht, das schmeckt sicherlich Lass mich mal probieren Ist ja widerlich, ich hab keine Zeit mehr Es muss jetzt was Neues her Hol was von McDonalds schnell Mal sehen, was sie davon hält Was haben wir für die Bestellung, bitte? Ähm, ein Happy Meal hätte ich gerne Ja, sind da Spielzeuge dabei? Ja, eins ist dabei Was haben sie denn da so? Wir haben im Moment diese Superstar-Aktion Dann haben wir noch so ein Jury Ja Für die Pult und setze sie sich quasi im Bett Ja, dann nehm ich diesen dicken Dildo dabei Jetzt noch ganz kurz schick gemacht Ein Kerzenlicht ist auch gedacht Sie wird mich begehren Heute Nacht werden wir verkehren Hey, ich hab extra ein romantisches Essen für dich gemacht Tja, ich hab leider schon gegessen Wollen wir nicht einfach miteinander schlafen? Hey 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 Vielen Dank.